Heyo, was glaubt ihr? Das ist Jay. Und das ist Ari. Und zusammen sind wir Regendaria. Und willkommen zu einer neuen Folge von Filmen Geht. Schauspieler sind ja im Idealfall wandlungsfähig und verleihen ihren Figuren einzigartige Charakterzüge. Dennoch ist uns aufgefallen, dass es einige Schauspieler gibt, die witzigerweise in vielen Filmen immer wieder das Gleiche tun. Und ich meine wirklich buchstäblich. Das nehmen wir heute unter die Lupe. Wir haben keine Lupe, wir nehmen wahrscheinlich so mit Handy und dann zoomen wir rein und schauen uns das bisschen genauer an. Aber das Resultat ist ungefähr dasselbe. Deswegen liegen wir jetzt los. Tom Cruise ist in erster Linie bekannt für seine Actionfilme, wie zum Beispiel Mission Impossible. Und dass er seine Stunts immer selber durchführt, egal wie gefährlich die auch sein mögen. Aber was gehört eigentlich zu jedem Tom Cruise Film dazu? Richtig, eine Szene, in der der Darsteller durch das Bild rennt. No shit, Tom Cruise rennt wirklich und rennt und rennt und rennt in seinen Filmen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Schauspieler, der so viel rennt wie Tom Cruise. Rotten Tomatoes hat sich sogar mal etwas mehr mit seinen Sprungeinlagen beschäftigt und ist zu dem Entschluss gekommen, dass der Erfolg seiner Filme von den zurückgelegten Metern abhängt. Wie auch immer, in Mission Impossible rannte er fast einen Kilometer auf der Leinwand. Mal abgesehen von den ganzen weggeschnittenen Kilometern. Erstaunlich ist auch, dass Tom Cruise mehr rennt, desto älter er wird. Und er hat eine ziemlich merkwürdige Regel an den meisten Sets seiner Filme. Nämlich, dass niemand mit ihm über die Leinwand rennen darf. Und diese Regel hat er nicht etwa, weil er neben einem seiner Co-Stars schlecht aussehen könnte. Im Gegenteil, er kann sogar so schnell rennen, dass er sich Sorgen macht, dass seine Co-Stars mit ihm nicht mithalten können. Bam! Er scheint ein schneller Typ zu sein. Also Respekt an alle Darsteller, die bereits schon mal mit ihm über die Leinwand gelaufen sind. Falls er wirklich so schnell ist. Er zählt zu den bestbezahltesten Schauspielern der Welt, hat mehr Instagram-Follower als Justin Bieber und ist vor allem für seine Muskelmasse und sein brillantes Lächeln bekannt. Die Rede ist natürlich vom Ex-Profi-Wrestler Dwayne The Rock Johnson, der durch Filme wie zum Beispiel The Fast and the Furious oder Jumanji zum Megastar wurde. Oder durch Filme wie The Scorpion King. Aber das muss jetzt nicht unbedingt erwähnt werden. Dass er in seinen Filmen meistens einen überaus breiten Muskelprotz spielt, der es quasi mit jedem aufnehmen kann, ist ja kein Geheimnis. Schließlich ist er auch wirklich ein überaus großer Muskelprotz, der es mit jedem aufnehmen kann. Was aber vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass er scheinbar beige und graue Shirts mag und ein bisschen zu sehr den Dschungel liebt. Was, ihr glaubt mir nicht? Tja, dann passt mal auf. Da gäbe es zum Beispiel Jumanji und natürlich auch Jumanji 2, wo er eine Videospielfigur mit beigem Shirt im Dschungel spielt. So weit, so gut. Äh, wie wäre es mit diesem Shot hier? Selbes Shirt, wieder im Dschungel. Aus welchem Jumanji-Film ist das wohl? Naja, aus gar keinem. Das ist nämlich der Film Rampage. Oder wie wäre es mit dieser Szene aus dem Fast and the Furious-Film Hobbs and Shaw? Diesmal ein graues Shirt und wieder vom Dschungel umgeben. Selbst im Animationsfilm Vajana, wo er im Original den Halbgott Maui spricht, gibt es einen animierten Dschungel. Die Reise zur geheimnisvollen Insel. Wieder mal das graue Shirt und wieder im Dschungel, aber diesmal mit Kids. Die Jagd zum magischen Berg. Wieder das graue Shirt, wieder im Dschungel und wieder mit einer Gruppe von Kids, aber mit Haaren. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Dschungel und ein bisschen weniger Kids? Kein Problem. Welcome to the Jungle hat sogar den Dschungel im Namen, den Dschungel im Film und wieder mit Haaren. Jungle Cruise hat wieder Dschungel im Namen, wieder Dschungel im Film und statt Haaren gibt es diesmal eine Mütze. Jingle Jangle Jungle, ein Film, den ich mir zugegebenermaßen geradeaus gedacht habe, aber ich wette, The Rock spielt irgendwie trotzdem mit. Lasst euch also eine Sache gesagt sein, The Rock kann nicht genug vom Dschungel bekommen. Weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert hat, aber jetzt wisst ihr es. Brad Pitt gehört zweifellos zu einem der erfolgreichsten Schauspieler unserer Zeit. Und es stellt sich hier die Frage, ob Mr. Pitt außerhalb der Filmsets vielleicht etwas zu wenig zu essen bekommt? Denn irgendwie scheint er in seinen Filmen, falls es euch aufgefallen ist, immer am Essen zu sein. Die Chips-Tüte in Seven oder der Twinkie in Moneyball sind nur zwei Beispiele. Eigentlich ist er immer am Essen. Ob Fast Food, Snacks, Getränke, immer kaut der Schauspieler auf irgendwas rum. In der Oceans-Trilogie futtert und trinkt er sich durch so gut wie jede Szene. Es gibt sogar ein Kochbuch mit Gerichten, die Brad Pitt auf der Leinwand verzehrt hat. Der Reddit-User Lundgrens Frontkick ging dem Phänomen statistisch nach und kam auf das Ergebnis, dass wenn Brad Pitt mehr als geschätzt 200 Kalorien auf der Leinwand zu sich nimmt, er ein besseres Kritiker-Scoring auf Rotten Tomatoes erhält und die Filme zudem erfolgreicher in den Kinos sind. Inwiefern das in Relation zueinander steht oder ob da irgendwas Wahres dran ist, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz scheint er mir das Leben durchgespielt zu haben. Ich meine, er darf am Set essen. Das ist der Traum. Seitdem Schauspielerin Rachel McAdams im Jahre 2004 mit dem Film Wie ein einziger Tag ihren großen Durchbruch feiern konnte, hat sie in unzähligen Hollywood-Filmen mitgewirkt. Also jetzt ohne Spaß, ich glaube gefühlt in jedem zweiten Liebesfilm, der jemals gedreht wurde, spielt Rachel McAdams irgendwie mit. Ich denke mal, den meisten ist das schon aufgefallen. Was aber vielleicht weniger Menschen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Rachel McAdams echt sehr gern mit Zeitreisenden in einer Beziehung ist. Das passiert richtig oft. Erstmal der wohl offensichtlichste Fall, ein Film namens Die Frau des Zeitreisenden. Hier spielt McAdams eine junge Frau, die sich in einen Mann verliebt, der mit der Fähigkeit verflucht ist, durch die Zeit zu reisen. Und ich sage hier ganz bewusst verflucht, weil ihr Ehemann Henry, gespielt von Eric Banner, sich nicht aussuchen kann, wann und wo er durch die Zeit reicht. Das sorgt natürlich für ein bisschen Humor, vor allem weil er sich nicht immer an den Klamotten festhalten kann, während er die Grenzen der Closed-Loop-Theory erkundet. Aber es bedeutet auch, dass Claire ständig im Stich gelassen wird. An ihrem Hochzeitstag, im Kreißsaal, nicht die coolste Situation, würde ich sagen. Dann gibt's den Film Midnight in Paris. Hier spielt McAdams Inez die Verlobte des genialen Drehbuchautoren Jill, der von Owen Wilson gespielt wird. Auch dieser reist in der Zeit zurück, wo er mithilfe von Pablo Picasso, Ernest Hemingway oder Salvador Dali beweisen will, dass er imstande ist, literarisch Höherstehendes zu verfassen als nur Drehbücher. Kleiner Sneak-Diss an mich, aber ist okay. Und auch diesmal wird Rachel wieder von einem Zeitreisenden im Stich gelassen. In dem Film Alles eine Frage der Zeit verliebt sich Rachel McAdams wieder in einen Zeitreisenden. Doch diesmal weiß sie von der Fähigkeit ihres Mannes nichts, was immer wieder zu Komplikationen führt. Meiner Meinung nach ist der Film extrem underrated, also falls ihr den noch nie gesehen habt, dann checkt ihn auf jeden Fall mal ab. In dem Film wird sie aber zum Glück weniger im Stich gelassen und es gibt hier quasi ein Happy End. Ich will es nicht genau spoilern, aber wie gesagt, checkt ihn ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Aber die Liste hört ihr da nicht auf, denn Rachel McAdams spielt ja auch noch die romantische Nebenfigur in dem Film Doctor Strange. Diesmal von dem egoistischen Neurochirurgen Stephen Strange, der nach einem verheerenden Unfall mit mystischen Kräften ausgestattet wird. Zwar wird die romantische Beziehung in dem Film nicht ganz so stark thematisiert, aber wir bekommen die Figur auch in der animierten Marvel-Spinoff-Serie What If zu sehen. In der Serie reist ein untröstlicher Doctor Strange in die Zeit zurück, um zu versuchen, sie vor einem Autounfall zu retten. Und auch hier wird sie in der Original-Version von Rachel McAdams gesprochen. Ich denke, du solltest nur auf den Podium rushen, wie ein Contestant auf den Preis ist richtig. Preis ist was? Wie ihr seht, Rachel McAdams hat sehr viel mit Zeitreisenden zu tun gehabt, komischerweise aber noch nie eine Zeitreisende-Figur selbst spielen können. Ich hoffe echt, das ändert sich mal, weil ich könnte sie mir echt gut in so einer Rolle vorstellen. Sean Bean Ihr kennt ihn vielleicht besser als den Typen, der in fast allen Serien und Filmen, in denen er mitspielt, stirbt. Kein anderer Schauspieler ist so bekannt dafür, auf der Leinwand zu sterben, so wie er. Gut, die einzige Konkurrenz wäre vielleicht Loki? Seit Jahren gibt es YouTube-Zusammenstellungen und Memes, die sich mit den Toten seiner Figuren beschäftigen. Es gibt online sogar den Running-Gag, dass das Universum versucht, ihn auszulöschen, weil sich sein Vor- und Nachname nicht reimen. Sean Beans Todesszenen sind nicht nur häufig, sie sind oft auch gewalttätig, dramatisch und schwer zu ertragen. Wir alle mussten zusehen, wie seine Figuren oft auf so einfallsreiche Art und Weise ums Leben kamen. Er wurde erhängt, ertränkt, von Kühen zertrampelt, von einem Radioteleskop geworfen, mit Pfeil und Bogen erschossen, aufgespießt, enthauptet und fast unendlich oft erschossen. Das ging dann schließlich so weit, dass 2014 in den sozialen Medien eine Don't-Kill-Sean-Bean-Bewegung ins Leben gerufen wurde und Sean Bean ankündigte, dass er keine Rollen mehr annehmen will, in denen er stirbt. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr eines Tages aufwacht und euch in einer ähnlichen Situation befindet, wie die Teilnehmer aus Squid Game? Würdet ihr alles riskieren und wie würdet ihr überleben? Wir haben ein neues Video dazu gemacht, checkt den Link gerne in der Infobox oder klickt einfach hier. Und abonniert auch gerne unseren Podcast-Kanal, wir haben da wieder Podcasts wie immer eigentlich hochgeladen. Die sind, glaube ich, ganz gut. Ansonsten würde ich jetzt sagen, how's your reason? Peace! Peace!